Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Ich zeige euch alle Drogerie-Make-Up-Neuheiten, damit ihr entscheiden könnt, welche ich für euch schon mal testen soll in einem meiner nächsten Hauls oder in einem meiner nächsten Live-Try-Ons. Ich bin super gespannt, was die Drogerie in diesem Monat für uns wieder übrig hat und ich bin ganz gespannt, mit euch direkt auf die DM-Website drüber zu hüpfen und zu schauen, was es alles Neues gibt. Falls ihr mich nicht kennt, ich bin Maxim, ich sehe ein bisschen aus wie ein kleiner Kürbis heute. Auf den Lippen, das fragt ihr bestimmt, ist von NYX der Slip Teas Lip Lecker in der Farbe Modern Soul. Habe ich seit drei Jahren bestimmt nicht mehr getragen. Jetzt ist die Zeit dafür gekommen und ich muss sagen, ich liebe orangenen Lippenstift. Ich will aber gar nicht über diesen Lippenstift sprechen. Wir holen direkt unser Handy raus und hüpfen auf die DM-Webseite. Falls ihr hier neu seid, könnt ihr dem Kanal gerne ein Abo dalassen und bitte einen Daumen nach oben. Da gibt es jetzt nämlich so eine süße Animation, probiert das gerne mal aus. Dann verpasst ihr natürlich auch keine Videos, wenn ich sie in den nächsten Tagen dreimal die Woche, viermal die Woche, je nachdem, hochlade. Ich rutsche wieder ein kleines Stückchen zur Seite, damit ihr alles gut erkennen könnt. Und da ist Tatsache auch schon das erste Schätzchen und zwar eine neue Mascara von L'Oreal Paris für 13,95 Euro. XXL Lift. Die hat zwei verschiedene Bürstchen, sehe ich gerade. Und zwar soll das eine Bürstchen maximales Volumen geben und das andere 20 Grad mehr Schwung geben. Also die Wimpern sollen um 20 Grad weiter nach oben gebogen werden. Sieht recht spannend aus. Ich muss sagen, dass ich diese Duo-Mascaren eigentlich immer gar nicht so schlecht finde, weil man damit sehr, sehr viele verschiedene Sachen machen kann. Und gerade je nachdem, welche Augenform man hat, das so ein bisschen anpassen kann. 14 Euro ist natürlich schon eine Menge Schotter für eine Mascara, gerade weil wir auch viele Mascaren schon zu Hause haben. Aber kleine Empfehlung von mir, kauft euch lieber günstigere Mascaren und tauscht sie regelmäßiger aus als eine Mascara für 20 Euro oder noch mehr. 40, 50 Euro gibt es ja mittlerweile auch, die ihr dann Ewigkeiten benutzt, damit ihr das meiste aus eurem Geld rausholt, aber dann am Ende eine Augenentzündung habt. Deswegen, das sieht spannend aus. Und zwar gibt es eine Lidschattenpalette von Art Deco, beziehungsweise zwei. Einmal die Rock the Nudes, die Mad About Safari und die Mission Ruby Rose. Das Packaging sieht mega, mega gut aus. Das ist nämlich so ein dreidimensionales Packaging, das auch eine Haptik hat. Gibt es in so einem Holo-Look, in einem Leo-Look und in einem schwarzen, matten Diamond-Cut-Look. Die Farben sind sehr erwachsen bei allen Paletten. Wir haben schöne, kühle Töne, wir haben etwas wärmere Töne. Wir haben aber auch einen tollen, spannenden Rotton, wie beispielsweise in der Mission Ruby Palette. Art Deco ist ja als Brand eher ein bisschen im mittleren Preissegment angesiedelt, aber die Farben oder die Produkte sind eher etwas reduzierter. Also wir haben hier niemals knallige, bunte, toppende Töne, sondern Art Deco ist eher so Pro-Make-up-mäßig unterwegs, dass es für viele funktioniert. Ich finde das Packaging der Verpackung super, super cool und kann mir vorstellen, dass die auch sehr, sehr gut performen werden. Bin gespannt, ob ihr darauf Lust habt. Das neue Catrice-Sortiment ist hier online natürlich auch schon zu sehen. Es gibt viele Neuheiten von Neonel. Da kann ich euch aber nicht so viel zu sagen, Tatsache. Dann gibt es, ich weiß nicht, ob das neu ist, das habe ich glaube ich schon mal gesehen. Das ist von Maybelline, ein Make-Up Instant Perfector Glow, 4 in 1. Ganz, das sieht aus wie der Augenlöscher, nur halt in riesen, riesen groß. Und ich weiß jetzt nicht, ob das ein Highlighter ist oder doch hier. Primer, Concealer, BB-Cream und Highlighter in einem. Das finde ich persönlich super spannend. Ich mag es ja im Moment gerne, diese etwas reduzierteren Produkte. Gut, das ist jetzt kein reduzierter Look. Ich mache jetzt aber, ich habe auch gerade schon was anderes gedreht. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Das könnte etwas sein und ich hoffe, dass es besser ist als dieser 4 in 1 Perfekter. Der war ja der größte Flop oder einer der größten Flops 2022 meiner Meinung nach. Und das Ganze soll sogar vegan sein. Die Looks sehen sehr, sehr schön aus. Die Farben sehe ich jetzt hier nicht. Aber Maybelline hat immer eine recht gute Shade Range auf jeden Fall. Das könnten wir gerne mal ausprobieren. Ich sehe aber gerade, dass es erstmal nur online zur Verfügung ist. Dann gibt es viele neue Paletten von Catrice und Disney. Das ist ja die Villains LE. Hier ist aber eine Palette, die ich noch nicht gesehen habe. Und das war die Scar Palette mit wirklich schönen, spannenden Grüntönen und trotzdem auch alltagstauglichen Brauntönen. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine gute Ergänzung zu meiner Lidschattenpalette von Catrice ist. Die werde ich mir auf jeden Fall noch besorgen, weil ich die einfach sehr, sehr schön finde in der Sammlung. Und Grün ja in der Drogerie recht selten vorhanden ist. Dann gibt es von Manhattan das Lasting Perfection Kompakt Puder. Das müsste ich mal ausprobieren, denn ich habe hier von Max Factor das Facefinity Compact Foundation Powder. Und das ist fast leer. Ich benutze das im Moment eigentlich wirklich jeden Tag. Ich gehe dann einfach so ein bisschen mit dem Microfiber Multitool Mini rein und kann dann nochmal so ein bisschen korrigieren. Und das hat eine fantastische Deckkraft. Ich liebe das. Das werde ich mir auch beim nächsten DM-Gang auf jeden Fall wieder nachholen. Das von Manhattan sieht spannend aus. Manhattan Max Factor. Ich will nicht sagen 1, aber sie sind recht nah beieinander. Und das sieht super spannend aus. Kosten 5,95 und das könnte ich mir gut vorstellen für den Alltag. Allverde hat eine neue Limited Edition und zwar die Lovely Autumn LE. Gefällt mir sehr gut. Es gibt ein Mattifying Powder und es gibt auch noch ein Lidschatten Quattro. Wobei ich da sagen muss, die Allverde Lidschatten haben mir früher immer nicht gefallen. Seitdem habe ich sie aber auch nicht mehr getestet. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr gute Erfahrungen mit Allverde Produkten habt. Dann kann ich mir das Ganze nochmal anschauen. Und vielleicht Allverde hat doch nochmal eine Chance gegeben. Denn der Adventskalender hat mich dieses Jahr ja definitiv überzeugt. Das neue Essensortiment ist mittlerweile auch online bei DM erhältlich. Und sollte wahrscheinlich auch in den nächsten Tagen bei DM in den Filialen sein. Wahrscheinlich ist es das sogar schon. Ich muss definitiv zu DM. Denn Trend It Up hat ein neues Complexion Produkt rausgebracht. Und das ist das Make-Up Wonder Skin Cream to Powder Foundation. Das ist etwas, was es in der Drogerie so auch sehr, sehr selten gibt als kompakt oder als Complexion Produkt. Das ist eher so ein High-End-Ding gewesen bis jetzt. Du hast ein Creme-Produkt und das settet sich dann von selbst. Und du brauchst keinen Puder mehr. Funktioniert für reifere Haut meistens ganz, ganz gut. Ich lese mal die Produktbeschreibung. Reguliert unerwünschten Glanz auf der Haut. Ist vegan. Ein seitig-weiches Touch-Gefühl mit Anti-Pollution-Wirkung. Verwandelt sich auf der Haut sein in seitig-weichen Puder. Und vereint somit die aufbaubare Deckkraft eines Make-Ups mit dem mattierenden Finish eines Puders. Das ist spannend. Ich sehe es hier jetzt gerade nur online in zwei Farben. Sobald ich nächste Woche bei DM war, dann schaue ich mir das Ganze an. Das könnte etwas sein für uns fauleren Mäuse, wenn wir nicht ganz so viel Lust haben, immer zu blenden und Concealer und Puder. Mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Die Drogerie haut wieder raus. Jeden Monat ist mir ein Fest, weil ich mir denke, krass, was die Drogerie auch an Durchlauf hat, an Produkten. Aber das ist wirklich beeindruckend. Gut, das waren tatsächlich so die recht spannenden Neuheiten bei DM im Bereich Make-Up. Güpfen wir gerne auch nochmal zu Rossmann einmal kurz rüber. Das ist ja natürlich, je nachdem, in welchem Bundesland ihr lebt habt, mehr DMs, mehr Rossmänner. Es gibt natürlich auch noch Budny und Müller. Aber da habe ich tatsächlich hier einfach nichts um mich herum. Auch bei Rossmann gibt es die Disney Villains Kollektion überall online und auch in den Filialen mittlerweile. Das sind viele, viele, viele Produkte. Falls ihr das Video der Disney Villains Kollektion nicht gesehen habt, ich verlinke euch das einmal hier oben in der Ecke. Das kenne ich nicht. Das ist von Essence, nur online. Lips Gonna Love It Lip Kit. Never miss a happy kiss. Da sind vier Lippenstifte und ein Lipgloss mit drin für 12,99 Euro. Gibt es auch nur online. Ist so ein Online-Exclusive-Produkt. Sieht aber wirklich süß aus und gut gemacht. Kann ich mir gut vorstellen, um das Ganze vielleicht zu verschenken. Rival Loves Me hat eine neue Limited Edition. Das ist die Dare to Scare LE. Mit Wimpern, mit einer Cover- und Konturpalette und Liquid Lipsticks, so wie einer großen Lidschattenpalette. Ich habe die Liquid Lipsticks getestet. Ich mochte die leider nicht ganz so gerne, weil sie einfach recht fleckig waren, weil sie sehr dunkel waren. Ansonsten kann ich euch von Rival Loves Me aber die Stay Forever heißen. Die sind die, glaube ich, Liquid-Dinger sehr, sehr ans Herz legen. Die halten bombastisch gut. Es gibt eine neue Nagellack-Marke, von der ich persönlich auch noch gar nichts gehört habe. Und das ist High Hybrid. Das sind UV-Nagellacke in wirklich schönen Farben. Wir haben Lila, wir haben Rot, wir haben Creme. Es gibt aber auch noch Semilack und, äh, Gott, Neonel. Ich bin überrascht, wie viele verschiedene Nagellack-Brands es mittlerweile gibt. Schreibt mir gerne mal eure liebsten Nagellack-Brands in die Kommentare. Ich habe damit, tatsache, gar keine Erfahrung. Obweslich nicht. Aber braucht man so viele verschiedene... Ja, doch, wobei. Es sind wirklich schöne Farben, ne? Also wir haben pastellige Töne, wir haben rote Töne. Den Orangeton finde ich persönlich super, super schön. Es gibt einen neuen Concealer, den habe ich vor einer Weile schon gesehen, aber persönlich auch noch nicht getestet. Das ist der Super Stay Active Wear Concealer. Das Packaging von dem finde ich persönlich super schön. Das ist quadratisch, länglich und der Container, also der Inhalt ist... Also du kannst durchschauen und sehen, wie viel Produkt ist da noch drin. Das ist oft bei Concealern immer nicht ganz so einfach gemacht. Kostet 9,99 Euro und gibt es in verschiedenen Farben. Online sehe ich jetzt nur 5, aber je nach Theke und je nach Filiale habt ihr da natürlich auch noch viel, viel mehr Möglichkeiten, die Farben auszusuchen. Der soll eine hohe Deckkraft haben, 30 Stunden halten und luftig leichte Pigmente sorgen für ein leichtes Tragegefühl. Ich bin immer wieder schock, die Produkttexterinnen und Texter, was die da raushauen. Aber es macht mich ja dann doch an, ne? Komfort-Kurvenapplikator, ein mit luftig leichten Pigmenten langanhaltender Concealer, lässt Augenringe und Hautronen anhalten, sichtbar verschwinden, trocknet die Haut nicht aus. Also das ist genau das, was ich lesen möchte, wenn ich einen Concealer kaufen möchte. Auch den sollte ich vielleicht mal ausprobieren. Vielleicht machen wir wirklich nochmal so eine Runde, ich schaue mir neue Complexion Produkte aus der Drogerie an. Weil das muss man sagen, dass die Drogerie sehr, sehr gut ist mittlerweile mit Complexion Produkten. Früher war es so, dass man meistens so zur MAC Foundation gegriffen hat, weil die gab es schon immer, die war schon immer wirklich gut. Mittlerweile hat die Drogerie da aber einfach so, so krass aufgeholt. Und ich finde, man sollte dem dann auch die Chance geben. Rossmann hat tatsache noch 42 von meinen Lidschattenpaletten. Also wenn ihr die noch nirgendwo mehr ergattern konntet, schaut online bei Rossmann mal vorbei. 42 sind Stand jetzt, Sonntag, den 9. Oktober noch da. Die Pinsel sind weg, die Blushpalette ist noch da. Wie viele sind es da? Eine. Und vom Lip Glaze haben wir noch online zwei. Also Freunde, falls ihr sie noch nicht habt, seid schnell. Ansonsten gibt es Kontaktlinsen von Reline Beauty Linsen in verschiedenen Farben. Die sind sehr, sehr teuer. 39 Euro ist schon eine Menge Schotter für Kontaktlinsen. Die haben aber, also es sind farbige Kontaktlinsen. Ich mag das ja eigentlich ganz gerne. Das war vor ein paar Jahren mal wirklich Trend. Diese bunten Kontaktlinsen. Was ich persönlich nicht so schön finde, ist, wenn ich jetzt beispielsweise hellblaue Kontaktlinsen reinmachen würde. Das sieht sehr, sehr fake aus. Aber wenn ich mir welche aussuche, die ein bisschen zarter sind, die vielleicht einfach nur mehr Grün-Touch haben, dann kann ich mir das Ganze vorstellen. Wobei ich auch sagen muss, ich habe mir extra die Augen lasern lassen, damit ich keine Kontaktlinsen mehr tragen will. Und 40 Euro finde ich schon, ja, ist schon, ne, schon, ha. Ist schon heavy. Vor allem, weil die keine Sehstärke haben. Aber das sind schöne Farben. Wir haben silbergrau, enzian, blau, lindgrün, stahlblau, türkise, eisgrau, haselnuss, beigebraun, apfelgrün. Vielleicht tragt ihr sowas? Soll ich das mal testen für euch? Oh, ne, was ist das denn? Shopping Queen hat ein Beauty Goddess Set rausgebracht. Das offizielle Lizenzprodukt zum Beauty- und Fashion-Format. Das erinnert mich so ein bisschen an Sabrina Rudnick Make-up-Koffer, die es vor Jahren mal gab. Schöne Farben. Wir haben grün, wir haben kühle Farben, wir haben blushes, wir haben Puder. Aber das ist so ein Produkt, bin ich ehrlich. Das ist meistens nichts. Wenn ihr wollt, testen wir es doch. Weil diese Make-up-Koffer sind halt immer nicht ganz so gut. Ich denke mal, wenn das Video online ist, schreibt ihr mir gerne, was ich testen soll. Dann mache ich eine Großbestellung bei Rossmann Online wieder. Und dann schauen wir mal die klassischen Trash-Produkte uns gerne einmal an. Und das waren tatsächlich die spannendsten Drogerie-Neuheiten von DM und von Rossmann. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, welche Produkte ich für euch einmal testen soll, damit ihr euer Geld spart, ich es austesten kann. Ihr kriegt meine Meinung und dann könnt ihr selber entscheiden, braucht ihr es wirklich oder ist es eigentlich schon von vornherein ein Flop-Produkt. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Lasst dem Video bitte einen Daumen nach oben da. Schaut euch die neue Animation an und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss!